Jetzt machen wir erstmal die Bremse rein, dass wir hier schön neben der Station anhalten. Ah, butterweich sage ich nur, butterweich, guckt euch das an, guckt euch das an. Okay, nicht 100% butterweich, ich hätte vielleicht zwei Sekunden vorher zünden müssen, vielleicht sogar drei, aber butterweich genug für meine Ansprüche, sagen wir es mal so. So, und ich glaube, da ist auch irgendwo ein Dockingport gewesen. Zack, da fliegen wir jetzt einfach mal hin, da, wo diese Crew-Kabinen waren. So, jetzt müssen wir nämlich einmal gucken, dass wir die richtigen Dockingports erwischen. Ich glaube, an den Crew-Kabinen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich die normalen verbaut und in der Länge gab es die Constructions, um später Sachen anzubauen. So. Ah, da sehe ich ihn doch schon. Nur anklicken kann ich noch nicht. Na? So, zu weit weg, ich treffe ihn noch nicht. Oder dieses Kästchen stört einfach, ich weiß es nicht. Dockingport, sehr schön. So, jetzt müssen wir einmal mal kurz... Hier einen sauberen Ausgleich machen. So, äh... Control von hier. Und jetzt drehen wir uns mal da rüber. Und bringen uns in eine schöne Docking-Position. Ein bisschen noch. Ja. Ja, das lasse ich gelten, würde ich sagen. Exakte 90 Grad. Das heißt, wir gehen jetzt gleich auf 270, um es wieder anzugleichen. Dann haben wir noch einen schönen Winkel, würde ich sagen. Auf dem man docken kann. Tja, wer braucht schon ACS? Niemand braucht ACS. So, äh... Dann geht's ans Docking. Dann machen wir los. So, 50 Sekunden Zeit. Da können wir nochmal bremsen vorher, dann, dass das nicht zu knapp wird. Weil wir sind jetzt auch gerade ein bisschen schnell. So, noch ein bisschen runter mit dem Schub. Weniger ist ja da manchmal mehr. So. Ja, also ich docke auch schon prinzipiell gerne mit ACS, ne? Das ist jetzt nicht so, als ob ich das irgendwie verschmähen würde. Oh, da habe ich jetzt aber die Stationenrotation versetzt, da. Das war ein bisschen vieles Gute. Hoppele. Hoppla. Seht ihr, deshalb macht man das eigentlich ja mit ACS. Und nicht ohne. Oh, die hat gerade... Ah, die hat keinen Strom. Was ist denn hier los? Oh, oh. Notfall. Äh, wir machen mal ganz kurz... Ja, was machen wir denn jetzt ganz kurz? Irgendwas müssen wir mal ausmachen. Sonst rotiert mir hier die Station einfach weg. Was nimmt ihr denn jetzt so die Sonne? Ich selbst wahrscheinlich. Wieso muss die denn ausgehend jetzt keinen Strom mehr haben? Das finde ich nicht okay von ihr, ne? Ja, ich kann gerade nichts ausmachen, Freunde. Es wäre ja alles so schön, wenn ich das könnte. Aber kann ich ja gerade nicht. Ist alles gerade... ...geblockt. Wegen... ...no Power. Äh... Kann ich irgendwas... Wartet mal, kann ich irgendwas forciert abschalten? Verdammte Axt. Ja, die Fuel Cell kann ich ja auch nicht anmachen. Nichts kann ich ohne Strom. Nichts. Ich bräuchte halt kurz mal Strom. Hm. Kann ich den Funk abschalten wenigstens noch? Irgendwo her... ...ein einem halben Furz... ...ne, gar nichts, ne? Engineer, Scientist... Scientist... ...Biologe... Hier muss doch irgendjemand was machen können! Irgendjemand! Ja, ich kann sie halt nicht von außen anmachen, glaube ich. Das war ja das Problem. Äh, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz mit dem Raumschiff hier dringend ein bisschen Abstand nehmen. So. Äh, wo ist mein Ingenieur? Mein Ingenieur muss Notfallwartungen durchführen in der Hoffnung, dass ich irgendwie... ...diese blöde Fuel Cell anknipsen kann. Von außen. Was ist denn hier los? Mitten im hellen Tageslicht... ...geht denn der Strom aus? Ein schwerwiegendes Konstruktionsproblem scheinbar. Na gut, ist auch unsere erste Raumstation. Wir lernen ja noch. Irgendwas ist da auf jeden Fall faul. Nanananana... Na, die Fuel Cell wieder finden. Ah, Hydrogen Tank ist immer ein guter Hinweis. Ah, alles dreht, sehe ich. Oh, nicht in die Solar Panels. Das ist eh schon ziemlich knapp. Okay, ich muss irgendwie erstmal ein bisschen klarkommen, was hier was ist. Also wo sich hier was hindreht gerade. Fuel Cell, komm schon, komm schon, bitte. Geh einfach an. Ha. Will er nicht. Findet er nicht gut, sagt er. Was haben wir noch für Optionen? Wir können natürlich gucken, dass wir mehr Solar Panels an die Büchse ranbringen. Das ist natürlich alles, wie wir jetzt nicht gerade. Den Funk könnte ich vielleicht ausschalten, ja. Ich könnte ihn zwingen, die Antenne einzuklappen. Ja, irgendwie auch komisch, dass er... Jetzt ist er natürlich im Trudeln und kriegt selten bis gar nicht genug Strom rein. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen knapp. So, Antenne da hinten. Hm. Oder ich baue eine Batterie ab und lade die am anderen Raumschiff auf. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn das jetzt nicht reichen sollte. Ich kann auch nichts von außen abschalten, ne? Ne, gar nichts. Außer die blöde Antenne wahrscheinlich. So, mal gucken, ob das gereicht hat. Okay, dann müssen wir den Notfallplan machen. Ich klaue mir jetzt eine Batterie. Hoffentlich, zumindest. So. Und steck die ein. Nehm die mit hier rüber. Lade die am anderen Raumschiff auf. Damit wir ein bisschen Zeit haben. Um irgendwas abzuschalten in der Box. Äh, was ist das jetzt für ein Kameramodus? Ein verwirrender auf jeden Fall. Okay, also. Das ist natürlich schwierig jetzt. Aber interessant. Das muss mitten, also es ist ja mitten im Dockingman über passiert, dass die Raumstation ins Trudeln kam. Ich bin mir nur noch nicht sicher, warum der plötzlich Strom verloren hat. Also wenn, dann muss der ja auf einem sehr dünnen Gleichgewicht geschwommen sein. So, jetzt kann der sich mal kurz aufladen. Mit seiner Batzi. Beziehungsweise können wir kurz mal... So, halt mal an. Jawohl. Kurz einfach aus anderen Batterien den Strom umfüllen, glaube ich. Oder ist hier gerade irgendwie eine Mondfinsternis oder irgendwas gewesen? Irgendwas muss ihn doch aus dem Tritt gebracht haben. Hat irgendwer... Also ich gucke jetzt übrigens mal gerade sehr bewusst auf den Chat. Hat irgendjemand von euch irgendwas bemerkt, warum... Also ich habe ja auch kein Solarpanel oder so kaputt gemacht. Eher nicht weitergemacht hat. Doch, die Station hat ein Kontrollmodul. Die Station hat hier vorne ein Kontrollmodul. Und da ist auch noch ein Probe Core drauf. Hm. Hm, hm, hm. So, die Batzi ist voll, oder? Fast. Naja. Einmal noch. Gut. Da ist kein Körbel im Kontrollmodul. Ja, aber... Freunde, der Strom ist alle, ne? Also die Stelle mit... Die Station hat keinen Strom. Habt ihr schon mitbekommen, oder? Der muss ja auch irgendwie ausgegangen sein. Also es ist ja vorher passiert. Die Station hatte ja vorher... Strom und... Offensichtlich auch Kontrolle. Ihr versteht noch nicht, worauf ich hinaus will, ne? Also mir ist schon bewusst, dass die Station über den Probe Core gesteuert worden ist. Aber die Station war die ganze Zeit stabil. Und wir haben uns im Sonnenlicht befunden. Und sie ist plötzlich ins Trudeln geraten. Und ja, die Forschung läuft natürlich. So. Das wundert mich. Da muss ja irgendwas passiert sein. Was das Ganze durcheinander gebracht hat. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen da jetzt mal kurz wieder eine Batterie an. Das SS, das muss aber dann echt knapp gewesen sein mit dem Strom. Schauen wir mal. Gut. Müssen wir hier unbedingt, also wenn es wirklich nur durchs SRS aktivieren, zu so einem fatalen Missungeschick kommen ist. So, jetzt haben wir... Das ist falsch. Oh, 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 oh. Stopp Research. Alter, was ist los hier? Warum... Was verbraucht hier gerade so unglaublich viel Strom? Das gibt es ja gar nicht. Ich werde verrückt, ey. Irgendwas saugt mir hier den Strom raus. Was zur Hölle? Ich verstehe es nicht. Ah, schnell vorbei. Oh, was frisst du denn da so viel Strom? Ich habe alles ausgemacht. Was... Was... Irgendwas rastet doch da gerade komplett aus. Das... Das kann doch nicht hinhauen. Ja, aber es ist doch nicht alleine das Recycle-Modul. Alter, das ist ja unglaublich. Wenn das das Recycle-Modul ist... So eine Probleme hatte ich ja heute, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock. 2000 Mal Batterien aufzuladen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das Licht ist. Das Licht verbraucht nahezu gar keinen Strom. Aber irgendwas frisst hier gerade gigantisch Strom weg. Also nochmal aufladen. Hilft ja nix. So, da ist mein Raumschiff. Da ist mein Raumschiff. Hilft ja alles nix. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst mit dem Recycling-Modul. Aber es wundert mich, dass es alleine die ganze Dings macht. Und ich kann von der Kapsel die Solar-Panel nicht abbauen. Das sind nur einmal ausklappbare. Das sind alles nette Ideen. Helfen mir aber gerade leider gar nicht. Weil die Dinger da nicht wieder einfahrbar sind. Und wenn ich die jetzt abbaue, zerdeppert es die einfach nur. Leider. Leider, leider. Ja, ja gut. Soviel zum Thema. Ich besuche mal nur die Station. Genau. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Zack. Los. Klau all den Strom von allen. Trink mal kurz einen Schluck, während sich der Strom auflädt. Ja, die Fuel-Cell versucht dann sofort nach dem Recycler aus. Ich versuche gerade erst mal die Verbraucher wegzubekommen. Weil ich muss den Stromverbrauch senken. Damit ich erst mal mit Solarstrom stabil sein kann. Bevor ich mit dem anderen Kram weitermache. Und los geht's. Wo ist das olle Ding? Hm. Ich glaube da irgendwo, oder? Hä? Wo sie jetzt sind? Öh. Ich war gerade hier unten drunter, oder? Hm. Bin ich jetzt verrückt? Seht ihr sie noch? Wo ist sie hin? Ich glaube, ich bin blind geworden. Im Weltall. Jetzt wird's auch noch dunkel. Ah, da. Irgendwie habe ich sie nicht gesehen. So, jetzt schnell, 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 bevor die Sonne endgültig weg ist. Aber ein bisschen Zeit haben wir schon mal noch. Keine Sorge, das ist nicht Whisky bedingt, das ist normale Verwirrung. Dafür, dass ich nicht mehr sehen kann, habe ich noch nicht genug Whisky getrunken. Nicht mal ansatzweise genug. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell dann den Recycler ausschalten. Und dann die Fuel Cell suchen. Wenn das Ding hier angebaut ist. Ah, zack. Zack. Gut, als erstes mal Stopp Live Support. Okay, damit haben wir den Recycler aus. Dann machen wir die Fuel Cell an, sobald ich sie habe. Zack, die läuft. Gut, haben wir das. Dann kann jetzt erst mal Freund Körbel, glaube ich, bevor ihm sein Scheiß ausgeht. Zurück in sein Raumschiff, wo er eigentlich hingehört. Wenn die Raumstation erst mal stabilisiert wird. So, gut. Strom lädt also wieder. Hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. So haben wir jetzt natürlich einen Tageszyklus. Oh, das ist nicht wahr, oder? Ich glaube, jetzt sind die gerade alle durchgedreht. Weil sie alle... ...homesick geworden sind. Ja, gut, dann können wir uns das jetzt mal in einer ungefährlichen Situation angucken, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich das richtig verstanden hatte, sind die jetzt alle zu Touristen geworden. Fliegen wir doch mal kurz zu der Station. Es wird Spaß machen. Es wird super sein. Es wird unglaublich, total cool sein. Die machen da nämlich Wissenschaft und so. So, oder sie sitzen alle da, rollen sich zusammen und weinen ganz fürchterlich. Weil sie nach Hause wollen. Ich habe doch wohl nicht wirklich homesick bis jetzt, oder? Ich weiß ja mal zusammen. So. Ah, jetzt wird auch wieder gearbeitet. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Haben wir das ja auch geklärt. Live-Support an. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Alles ist gut. Gut, gut, gut. Die freuen sich alle wieder. Meine Güte. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Insgesamt war das nicht so besonders genial. Vom... Vom Strom her. Es wundert mich, warum es vorher funktioniert hat. Alle Habitate sind, glaube ich, da an, oder? Jawohl. Okay, gut. Gut, das sieht gut aus, aber es sieht auf jeden Fall auf der anderen Seite wiederum nicht so gut aus, weil ich so die Befürchtung habe, als ob unser Solarstrom nicht mal ansatzweise ausreicht, um klar zu kommen. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Aber gut, da müssen wir mehr Solarpenals rumbringen. Das hilft ja nichts. Da kann man jetzt nichts gegen tun. Gut, kommen wir mal wieder zurück zu dem, was wir nämlich eigentlich machen wollten. Wir wollten nämlich eigentlich andocken gehen. Und das machen wir jetzt nämlich auch noch. Meine Güte. Schön. Strom geht runter? Ey, Strom geht nicht runter. Minus heißt, dass es auflädt. Minus ist negativer Verbrauch. Also auffüllen. So. Gut. Jetzt schauen wir kurz. Da so irgendwo ist, glaube ich, gut vor der Richtung her. Erstmal wieder rankommen. Wird jetzt eh ziemlich dunkel. Dann macht das nur halb so viel Spaß. Deshalb nähern wir uns jetzt erstmal ganz vorsichtig wieder an. Und warten, dass die böse Nacht aufhört. Während wir uns positionieren. Dann können wir das wieder schön im Hellen machen. Oder habe ich irgendwie eine Lampe mit dabei? Nicht, dass ich wüsste. Zack. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, und da wollen wir nämlich hin. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ein bisschen in diese Richtung hier fliegen. Das sieht doch gut aus. So, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen ran driften. Haben wir nicht allzu viel auszugleichen. Gehen hier mal noch weiter runter auf irgendwie ein Prozent oder so von unserem Schub. Damit wir hier ganz sensibel arbeiten können. Das mal so langsam schon mal anbremsen. So, dann gucken wir gleich, dass hier auf keinen Fall die Station wieder ausrastet. Aber eigentlich ist es hell genug, ne? Seht ihr genug? Wenn ihr genug seht, ich würde das docken sonst. Kann man schon mal machen. Das geht. So. Jetzt drehen wir das parallel. Wir fliegen noch so ein Müh nach vorne. Wir fliegen noch mal. Ich würde das mal so ein Müh nach vorne machen. Ich würde das mal sehen. Ich würde das mal sehen. Schön. Ja, vielleicht wird das Gun sogar relativ knapp insgesamt, mit dem wir machen noch Biologie-Forschung da oben, aber es würde sich dann anbieten, tatsächlich hier ein Biologie-Modul ranzubringen, weil A, es ist nicht so weit, das heißt, das kriegen wir relativ schnell hin und B, könnten wir an das Biologie-Modul dann noch ein paar Solar-Panels ranklatschen, weil ich glaube, wir haben hier stromtechnisch tatsächlich eine Herausforderung zu bewältigen auf unserer Station. Die so klein gar nicht ist. Wir driften halt ganz langsam jetzt, aber das ist okay, wir wollen ja auch Zeit runterdaddeln. Wir würden nicht übertreiben. Na, vielleicht ist das vom Drift her noch? Ja, jetzt schon zu wenig. Okay, gut, dann leben wir jetzt einfach mit dem Winkel, den wir haben, oder? Na, ein bisschen machen wir noch. Kommt. Zack, einmal rüber. Ein bisschen müssen wir uns nicht verstehen, das wird sonst zu 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 steil vom Winkel her. Oder zu flach, kann man jetzt so oder so sehen. Also, natürlich ist das ein flacher Aufschlagswinkel. Und da ich das nicht korrigieren kann mit RCS, muss das schon halbwegs passen zumindest. Dass wir auf den Docking-Port zukommen. Gut. Und dann setzen wir uns hier mal als Ziel und fliegen dahin, würde ich sagen. Jetzt wird es bei mir langsam ein bisschen knapp mit dem Strom, ne? Kann ich noch irgendwas ausmachen? Jetzt, was mir wirklich helfen würde. Und jetzt heißt es abwarten, würde ich sagen. Und wahrscheinlich, so wie ich das hier kommen sehe, haben wir nicht mal mehr Strom, wenn wir da ankommen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal ein Docking der Hoffnung. Kommt da bald Licht? Oder sind wir noch tief in der Nacht drin? Das ist schon noch ein Stück, ne? So gehen üblicherweise Raumstationen kaputt, habe ich gehört. Wir können natürlich ein bisschen gegenarbeiten oder zuarbeiten. Dann lassen wir mal hier. Kontroll-Form hier. Macht mal kurz die Forschung aus. Oh, die ist noch gar nicht an. Macht mal kurz den Live-Support aus, dass wir genug Strom haben. Also, Kontroll-Form hier. Set das Target. Und wir versuchen jetzt so gut wie möglich unser Näschen ihm anzubieten. Dass das auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Weil er da leider nichts mehr machen kann. Ist jetzt nicht besonders schön, aber wir lassen das als Docking-Manöver gelten. So. Komm, ein bisschen. Weil dann können wir zumindest dafür sorgen, dass er, wenn auch der Winkel nicht mehr zu 100% klappt. Er zumindest den Docking-Port trifft. Und dann müsste er eigentlich einrasten. Hoffe ich. Komm schon. Jetzt kommt er ganz schön schräg ab hier. Hat schon ziemlich einen Seitendrift. Komm, 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 komm. Und angezogen. Jawohl. Okay, das passt. Sehr schön. Schwupp. Und damit haben wir die Rakete angedockt. So, kurz mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durchschnaufen. Ist aber auch alles anstrengend heute. Was ist denn heute los? So richtig rund läuft das noch nicht. So. Vielleicht habe ich auch noch nicht genug getrunken. Das mag natürlich auch sein. Gut. Das können wir mal ins Labor stopfen. Surface Sample. Warum nicht ab ins Labor? Warum nicht ab ins Labor? Ab ins Labor. Alles rein, was geht. Mal schauen. Wie gesagt, wenn wir alles noch rein bekommen, ist super. Wenn nicht, nehmen wir den Rest halt mit. Lab ist voll. Okay, dann wird der Rest nach Hause gebracht. Jetzt kann das Labor ein bisschen schneller arbeiten. Und kann Forschungsdaten umwandeln. Wie viele haben wir denn eigentlich schon? 39. Aber jetzt machen wir halt 8,6 Daten pro Tag. Ach, guck mal. Da ist sogar noch Platz. Da sind noch... Oh, da sind noch... Gut und gerne... Ja, ein bisschen über 100 waren frei. Okay. Ich glaube, jetzt müsste es voll sein. Hatten wir einfach nur ein etwas zu großes Teil. Ich glaube, so wenig gibt es dann nicht. So. Äh... Oh, gebe ich dem anderen Körper noch nicht. Ich könnte natürlich auch hier oben reinstopfen. Aber vielleicht will ich ja auch ein bisschen was direkt mitnehmen. Ich kämpfe mit mir zwischen der Gier und jetzt, Forschungspunkte zu bekommen, um vorwärts zu kommen. Und dem natürlich sinnvoll durchdachten... Äh... Arbeiten. Kann ich dich austauschen? Ich kann dich austauschen, Lendingro. Willst du nach Hause fliegen? Möchtest du nicht mehr auf der Raumstation leben? Ich hätte hier einen Ersatzwissenschaftler. Da könnte nämlich der Zvenzen... Ne, der Zvenzen kann wahrscheinlich nicht. Aber ich kann dich austauschen beim nächsten Mal, wenn ich eine Crew hier hochbringe. Da spricht natürlich nichts dagegen. Ähm... Okay. Zvenzen, äh... Keine Sorge, du wirst auf jeden Fall früher oder später mal... Also... ...mit irgendeiner Crew dann nach Minus fliegen. Aber ich parke dich dann jetzt erstmal hier oben, damit wir den armen Lendingroo... Der hat's wohl irgendwie... Der schafft das wohl alles nicht mehr. Das ist ihm wohl zu viel. Den müssen wir wohl mit nach Hause nehmen. Der kann nicht mehr. Einfach kaputt. Einfach kaputt. So. Äh... Transfer Crew. So. Jensen, übernehmen Sie. Hier wird jetzt geforscht. Gut, dann haben wir das. Äh... Es wäre sehr vernünftig, das hier zu lassen. Aber... Ich nehme jetzt die restlichen Experimente mit runter. Wir werden hier noch genug Zeug ankarren können. Ich werde das sicherlich irgendwann bräunen. Aber... Dann haben wir ein bisschen Forschungsgeschichten. Die wir tatsächlich auch nutzen können. So. Ich liebe die Gefahr. So. Gut. Äh... Orbit Retro. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von der Station. Ach, Mist. Warum sagt denn keiner was? Ihr habt es wahrscheinlich gesagt, ne? Ich habe, äh... Das Essen gar nicht ausgepackt. Äh... Ich wollte auch das Essen noch hier lassen. Na gut. Irgendwas ist immer. Ist da noch viel drin? Naja. Geht so. So. Ab nach Hause. Ich glaube, ich werde gleich mal den Antrieb ein bisschen aufdrehen. Sonst kommen wir hier gar nicht weg. Wee. Heute wird hier... ...richtig hardcore geflogen. So. Und der Astronaut 012 ist jetzt ebenfalls ein tapferer Twitter-Follower, der sich das hier freiwillig antut. Hallo Astronaut. Und Prost an den Rest. Na, wo kommen wir da runter? Irgendwo im Hellen. Das ist doch schön. Gehen wir auf 40 Kilometer und den Rest macht dann die gesunde Weltraumluft für uns. So. Damit ist das hier auch suborbital und kann in Ruhe verbrennen. Wir haben hier auch nichts Schlimmes mehr zu tun, so wie es ausschaut. Und eigentlich... So. Eigentlich... ...ääh... ...ääh... ...insgesamt... ...passen. Ähm... Und nee, mit den Datapunkten, das ist nicht so... ...ääh... ...eins zu eins. Man kriegt da... Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist von dem Umarbeiten. Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie gut die Wissenschaftler sind, die drin sind. Äh... Aber ich müsste es auch nachschlagen, wie das Verhältnis zwischen Data und gewonnenen Science-Punkten ist. Es ist auf jeden Fall ziemlich... Also es ist besser, du kriegst deutlich mehr Science raus, als wenn du die Experimente einfach abgibst. So. Ich überlege gerade, ob ich mich schon davon trennen möchte. Ich habe ein bisschen Schiss, was passiert... ...wenn ich das Habitat jetzt abschalte dadurch. Ja, ich habe hier oben kein Habitat drin. Und meine Unterstellung ist natürlich... ...dass die lustigen Vögel dann... ...alle in Streik gehen werden. Weil sie mich hassen. Ich gehe mal noch ein bisschen näher an die Atmosphäre ran, bevor ich das mache. Damit wir nicht so lange unterwegs sind. Ich habe... Also ich habe so die Befürchtung, dass das einen Aufstand geben wird. Wenn es passiert. Aber wir müssen es ja jetzt irgendwann mal testen. Also herzlichen Glückwunsch, Fischkorb, Theo, Landinggrew. Ihr seid diejenigen, die jetzt rausfinden. Was passiert, wenn man nach einer längeren Reise im Landeanflug seine Habitation wegsprengt? Und wenn man nach einer förippe wird, wenn ja dann los ist, was João. Und wenn man nach einer Reise und nachvollziehen, dann geht's nicht so viel weiter. Und wenn man nach einer Kinoeinser eachfraße weiterfuer. Weil ja der Eich bedarf! Und wenn man nach einer Reise für die Befürchtung ist, dass er nicht so lange weg... Dann geht's mit Teichkorb. Und wenn man nach einer reise. Und wenn man nach einer Reise ist. Und wenn man nachher, wenn man nachher was. Bis zum nächsten Mal.